Wir kämpfen uns rein in gewisse Situationen und die Hände da ausreden sind. Hier ist Seppi gut raufend dabei, Marc Jemmerstein, Schordi richtig. Zum ersten Mal spielen wir mit Janis zusammen. Das sieht man auch bei so einfachen Sachen mit einem Abstoß überhaupt keine Abstimmung erst da. Aber das kommt alles. Während des Spiels ist alles besser geworden. Spielt es super gut mit, ist immer gut rausgekommen und das hat super funktioniert. Und wir haben uns nicht gewehrt für den Stand. Aber ihr merkt selber, ich habe es bei mir auch gemerkt. Eine halbe Stunde reicht mir. Und die, die ich hier durchspielt habe und davor auch angefangen habe, Gas genommen. Das Wetter war gar nicht so einfach. Es gibt Platz, alles. Gegner völlig zurecht in der Landessiege. Also wir sind gut, gibt es gar nichts. Wieder Rückstand, wieder Moral. Männer. Gute Woche. Jetzt sind wir wieder. Schöne Woche. Trainingswoche. Und ja, jetzt morgen ist die Kreuzheim. Türkspor. Schauen wir mal, das wird. Aber wieder Pflichtspiel. Wir bleiben im Flow. Wir bleiben im Flow. Und in zwei Wochen haben wir es hindringen. Alles gut, Männer. Wir sind für den Stand, für den Wochenstand ist ganz in Ordnung. Wir brauchen aber, wie gesagt, nicht durchdrehen. Nein, ihr seht, Woche für Woche, es wird immer schwerer, schwerer, schwerer. Und lasst uns dranbleiben. Lasst uns weiterhin Gas geben. Und jetzt trinken wir ein Bier und genießen die dritte Runde. Ende. Jetzt wissen wir. Als nächstes mal. Alles gut, Herr. Endales. Alles gut. Endales.